Die reife Entscheidung eines jungen Mannes soll unser Thema heute sein, dass wir am Beispiel von Mose etwas bedenken möchten. Ich lese aus dem Glaubenskapitel im Hebräerbrief aus Hebräer 11 einige wenige Verse. Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und wählte lieber mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Soweit diese Stelle aus dem Worte Gottes. In Hebräer 11 werden uns Glaubenshelden aus dem Alten Testament vorgestellt, die der Geist Gottes uns dort zeigt. Und es gibt zwei große Abschnitte in diesem Kapitel, in denen einmal Abraham und einmal Mose die Hauptpersonen darstellen. Und da wird uns etwas gezeigt, was den Glauben kennzeichnet. Bei Abraham bedeutet Glaube Ausharren im Erwarten der zukünftigen Welt. Abraham hatte das Ziel vor Augen. Er erwartete diese Stadt und dieser Glaube gab ihm das Ausharren, jenen Weg zu gehen. Bei Mose finden wir dann, bei ihm bedeutet Glaube die Energie im Überwinden der gegenwärtigen Welt. Und beides haben wir nötig. Wir brauchen einmal das Glaubens Ausharren im Warten auf die zukünftige Welt, die Hoffnung, die wir erwarten. Aber andererseits auch die Glaubensenergie, um die gegenwärtige Welt, in der wir leben, zu überwinden. Es heißt in diesem Abschnitt, in Hebräer 11, Vers 24, von Mose, als er groß geworden war. Wir lesen dreimal im Leben von Mose diesen Ausdruck, dass er groß geworden war. Die erste Stelle, wo das vorkommt, ist im zweiten Buch Mose, in dem historischen Bericht über sein Leben, in 2. Mose 2, Vers 10. Hier, ich will das mal so ausdrücken, war Ägypten ein Bild der Welt, der Meinung, dass Mose jetzt groß genug ist, um an den Hof des Pharao zu kommen. Es gibt Augenblicke, wo die Welt unsere Kinder in ihren Einflussbereich nimmt, wo sie groß genug sind, diesem Einfluss ausgesetzt zu werden. Was ja auch notwendig ist, wir sehen das ja auch ein, aber trotzdem bringt es so manche Einflüsse mit sich, die das Glaubensleben gefährden können. Die zweite Stelle, wo das vorkommt, dass er groß geworden ist, ist direkt im nächsten Vers, in 2. Mose 2, Vers 11. Und es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihren Lastarbeiten zu. Und er sah einen ägyptischen Mann, der einen hebräischen Mann von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin. Man könnte sagen, hier ist Mose selbst der Meinung, jetzt bin ich groß genug, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um einmal etwas zum Nutzen meiner Brüder zu tun, aber in einer fleischlichen Weise. Er dachte, sie würden das verstehen, das taten sie nicht, und er musste dann fliehen. Aber hier in Hebräer 11, im Neuen Testament, wenn der Ausdruck genannt wird, dann zeigt er uns die reife geistliche Entscheidung dieses jungen Mannes. Seine Entscheidung bestand darin, dass er sich einerseits weigerte, etwas zu tun und andererseits etwas wählte. Er weigerte sich, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, offiziell diesen Posten sozusagen einzunehmen. Er weigerte sich, den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben und er weigerte sich, die Schätze Ägyptens anzunehmen. Eine Perspektive, die für manche verlockend gewesen wäre, nicht so für Mose. Er wählte stattdessen das Ungemach des Volkes Gottes, sich mit diesem verachteten Sklavenvolk eins zu machen, weil es das Volk Gottes war. Und er wählte die Schmach des Christus. Wie kommt Mose zu einem solchen Urteil? Er hatte einerseits einen realistischen Blick für die Welt, in der er lebte. Er stellt fest, dass dort am Hof des Pharao alles, was ihn umgab, den Stempel der Sünde trägt. Vielleicht sind wir uns manchmal nicht bewusst, dass die Welt, in der wir leben, dass dort alles diesen Stempel trägt. Aber gleichzeitig war Mose sich ebenfalls der Tatsache bewusst, dass Sünde auch einen Aspekt hat, der für das Fleisch angenehm ist. Er spricht nämlich von dem Genuss der Sünde. Natürlich ist Mord und Totschlag und Gewalttat auch Sünde. Aber da schreckt ja selbst der natürliche Mensch größtenteils vor zurück. Aber es gibt eben diesen Aspekt dessen, was ihn dort am Hof des Pharao umgab, dass das an das Fleisch appellierte. Dass es ein Genuss war für das Fleisch, diese Dinge, an diesen Dingen teilzuhaben. Aber drittens hat Mose ebenfalls deutlich gesehen, dass dieser Genuss der Sünde zeitlich ist. Eine vorübergehende Sache ohne bleibenden Gewinn. Dieses zeitlich kann im Extremfall das ganze Leben dauern. Es gibt eine Begebenheit, wo der Jesus von spricht von diesem reichen Mann, dem gesagt wird, als er gestorben ist, du hast dein ganzes Leben in Saus und Braus gelebt, aber jetzt ist es vorbei. Nein, die Ewigkeit sah anders aus. Aber in den meisten Fällen ist es ja schon viel vorher aus. Der Genuss der Sünde und das, was dann daraus hervorkommt, die Nebenwirkungen, die Folgen, machen sehr bald deutlich, dass dieser Genuss zweifelhaft ist. Er ist längst vorbei, er ist nicht bleibend. Alles das hat Mose sehr deutlich gesehen. Aber er hatte nicht nur einen Blick für die Welt, einen realistischen Blick, der sein Urteil beeinflusst hat, sondern er hatte auch einen Blick nach vorn oder nach oben, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Denn es heißt, er schaute auf die Belohnung. Und die war nicht am Hofe des Pharao zu finden. Und wenn er jetzt mit diesem verachteten Volk ziehen würde, dieses Volk aus Ägypten herausführen würde, einen Weg, der ihm manche Mühsal gebracht hat, aber er sah, es gibt am Ende eine Belohnung für den Glauben. Für die Glaubensenergie, die die gegenwärtige Welt realistisch einschätzt, die die Gefahren überwindet durch den Glauben, dafür wird es eine Belohnung geben. Aber Mose hatte nicht nur dieses Fernrohr sozusagen, um in der Zukunft vor sich die Belohnung zu sehen. Er hatte auch, wenn man so will, einen Röntgenblick, denn es heißt auch, als sähe er den Unsichtbaren. Er sah den, der zu seiner Seite stand, seinen Herrn, seinen Gott. Petrus schreibt den Gräubigen, wenn es um die Person des Herrn Jesus geht, welchen, obgleich ihr ihn nicht seht, liebt. Ja, wir sehen ihn nicht, anders als Petrus, der ihn gesehen hatte. Niemand von uns hat den Herrn gesehen und doch, dieser Unsichtbare, den dürfen wir an unserer Seite haben und diesen Blick uns nicht verdunkeln lassen, als sähe er den Unsichtbaren. Das hat ihm die Kraft gegeben, auf den Weg des Glaubens zu gehen, solch eine Wahl zu treffen. Wir alle und auch besonders junge Menschen stehen in dieser Welt vor einer solchen Entscheidung. Was wählen wir? Wo willst du dich weigern, auf Dinge nicht einzugehen, die die Welt dir anbietet, um dann die Belohnung vor Augen zu haben, die der Herr für Treue geben wird und den Unsichtbaren, den, der dir zur Seite steht, der auch dann mitgeht, wenn deine Entscheidung, das war bei Mose so, das wird bei manchen so sein, dass eine solche klare Entscheidung auch Konsequenzen hat. Aber zu wissen, da ist noch dieser Unsichtbare, der geht den Weg mit, der sieht, dass wir um seinetwillen eine solche Entscheidung getroffen haben und diesen Lohn, den er verheißt, den wird der bekommen, der in Treue diesen Weg geht. Wir wollen von dieser Entscheidung Moses durchaus lernen und uns fragen, gerade als junge Menschen die Frage stellen, kann man auch von mir in so einer geistlichen Weise sagen, dass ich groß geworden bin. Amen. 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 Amen.